So, da haben wir es jetzt. Und, endlich mit. Oh, wir führen mit Maximum die Kompole. Das ist mein Papa. Ich weiß nicht, wie die Offizibilität kommt. Ich weiß noch nicht, woher die liegt. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das ist ein Teil der Boden. Egal, ich weiß nicht, ob wir mich hören können, weil die Kompole sind. Ich hoffe schon. Kompole ist übelst schlecht. Kompole ist ein Krapchi. Ja. Ich glaube, da ist Lukas Krapchi. Und, 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 und. Nein! Wegen dem haben wir kein Maximum gefahren, Mann. Nur wegen dem, wegen dem hier. Wegen... Ah ja, genau, da ist Lukas. So, doch noch. Cool. Aber das wollte ich jetzt uns hier nicht sagen. Ich wollte irgendwas anderes erzählen, aber ich weiß nicht mehr, was ich jetzt erzählen wollte, aber irgendwas egal. Das macht mich nicht so. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr. Es ist so, was das sagt, was ich nicht mehr. Was wir jetzt da machen. Also, wir machen, was wir machen. Und, das ist ja. Und, wir machen auch hier. Das ist ja. Das ist ja. Also, das ist ja nicht mehr. Wie läuft das, das ist ja. Wow! Ein Sieg, noch ein Sieg, noch ein 3. Teil ist noch nicht so viel gemerkt, aber bei dem Punktvater in diesem ersten Platz drei Punkt, in dem dritten Platz zwei Punkt, der dritter Platz ein Punkt, vier Punkt, vier Punkt. Da die immerhin verschiedene Teams sind, kann man maximal fünf Punkte erreicht werden in einem Team. Und im anderen Team halt maximal eins. Äh, die können dann noch, kann dann noch einen Punkt überleben. Ach, keine Ahnung, wie ist das denn? Egal. Und da kommt mal wieder der Jika Strafczyk von innen und ich jag ihn voll hinten hoch. Hätte ich vielleicht nicht mal bezogen. Was willst du denn, du? Boah, und auch so voll fett vorbeigezogen. Ey, habt ihr das gesehen? Kann eben auch mal noch dritter und dann einmal ernt haben. Wow. Das sieht man auch, ich kann nicht nur aus dem Park. Komm, 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 komm. Noch eine Kurve, werde ich aber auch noch ein Irrschen durchkriegen. Ja! Ja, 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 ja! Noch ein Dreier! Drei Dreier! Wir haben jetzt neun Punkte, das finde ich jetzt geil. Boah! Ich baue gerade nochmal. Das müssen wir gerade nochmal machen. Das stimmt. Boah! Was ist das denn? Ah, guck mal mit wem wir hier fahren. Studio Bobteroin, das hat uns so. Oh, das ist so. Komm, gib Gas, gib Gas. Aha, der hat uns rausgezogen. Und der? Okay, der andere Wichser war nicht der Verhölbekeit. Komm, wir sind so gut und dürfen da mitfahren. Ja! Ey, was soll denn? Scheiße! Mann, ich... So, weiter geht's. Hm, wieviel? Haben wir noch? Okay, das war die Saison. Ah, wir fahren auch gegen niemanden, cool. Und wir sind siebter geworden, wir sind echt schlecht. Naja, egal, jetzt steigen wir alle auf und so. Tabella. Ach, okay, die machen jetzt alles so voll fett. Jetzt ist Tabella. Äh, cool, wieso fahren wir da? Gegen Lublin? In Lublin? Naja, in Lublin mag ich die Bahn auch, aber machen wir das mal. Ich mach die Saison heute auch fertig und dann... Man muss nur laden auf das Zeug holen. Also. So, wir fahren gegen Lublin, obwohl ich nicht weiß wieso. Egal. Gegen Lublin haben wir doch mal so voll fett gewonnen. Das war da, wo es mir so spannend war. Wir sind erste aus der ersten Kurve. Und ich bin gut, ich bin gut. Und gut drauf. Denn ich bin gut. Nein, wir fahren eigentlich nur... Eigentlich nur gut drauf, weil wir gegen Lublin und gegen Lublin fahren. Und die so schlecht sind, nicht schlechter als wir. Ich bin schon wieder schlechter wie-sack, aber ich werde die ganze Zeit angekunden sein. Ich bin immer schlechter wie-sack, aber ist doch scheißegal, ob mal schlechter als oder schlechter wie-sack, oder? Schreibt Kommentare zum mal dann, das wird eine Debatte. Schreibt drunter, ob's scheißegal ist oder ob's mal skincare zu sagen ist. Würde mich mal interessiert, wie ihr das jetzt hier seht... Ha, wie ist'n' voll. Nein. Wir Kratzer drücken, genau! So, jetzt nochmal. Noch mal neuer und da- Ehh! Der Start war wieder so geil. Die erste Saison war nicht so geil. Aber dann war die zweite. Und wir gewinnen heute alles. Egal, die gewinnen wir fahren. Denn die sind gut, die sind schlecht. Ich seh gern und auch nicht. Was will er für den Tag da hinter mir? Und wir fahren nach Dublin. Wir fahren nach Dublin. Wir sind die Lugli. Und gewinnen dieses Mensch. Ist doch cool, oder? Das ist doch richtig cool. Zwei Dreier. Ja. Gefauert, der bin jetzt fertig. Ich denke, das ist ein guter Start. Boah, ist echt ein guter Start. Was soll die Schei... Uh, das hat... Das müsst ihr noch mal angucken. Das müsst ihr euch noch mal angucken. Das sah cool aus. Das sah cool aus, gell. Ganz klar. Ganz klar. Cool. Wenn wir noch zweimal gewinnen und dann sieht es schön aus. Wenn wir starten, dann müsste ich gar nicht umstarten. Und dann passt das. Was ist das? Was ist das? Ich bin ja. Manchmal fahren wir das Rennen öfters durch wie sonst. Und alles sonst... Das war jetzt unfair. Ja. Ich hab schon alles dagegen gemacht, dass das nicht funktioniert. Also das nicht geht, aber nahe. Der Start war halt. Es dreht das sogar schon einmal aus dem Start raus. Und das war jetzt so ein halbwegs. Nein, das ist überall gemacht. Oh, 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 da hätt sie mich grad fast kriegen. Fass ist das äh, zu gut Deutsch. Da hätt's mich grad fast hingehauen. Jetzt den hier und... Da, ich hätt auch schon fast hingehauen, wenn ich nicht dagegen gegangen wär und... Blöd, dass es einer von uns ist. Nein! Falsche Taste! Wieso drück ich auch N? Verkupplungsschein M! Ist doch bescheuert und jetzt müssen die einfach nur noch durchmachen, wenn du blöd sind. Äh nein, die links sind leider nicht blöd. Naja, wir sind blöd, ich bin blöd. Ihr seid blöd, nein, ihr seid nicht blöd. Ihr habt mich abonniert, hoffe ich. Dann seid ihr nicht blöd. Wenn ihr mich nicht abonniert habt, dann seid ihr blöd. Ähm, ja, wir sehen uns gleich wieder.